Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian. Wir sind zurück aus der Kommunalwahlpause und finden uns in besonderen Zeiten wieder. Unsere Heimat, unser Freistaat Bayern steht derzeit vor den Toren einer Krise, die ihrem Potenzial nach ein Ausmaß annehmen könnte, dass sie zu den größten Herausforderungen wird, die man hierzulande seit dem Zweiten Weltkrieg zu meistern hatte. Logischerweise drehen sich auch alle eure Rückfragen nahezu ausnahmslos um den Umgang mit dem Coronavirus. Ich greife stellvertretend die Frage von Thomas aus München heraus, der mir geschrieben hat, ich habe heute Morgen die Regierungserklärung von Ministerpräsident Söder im Landtag live im Fernsehen verfolgt, aber was habt ihr denn nun eigentlich beschlossen? Ja, lieber Thomas, das erkläre ich gerne und zwar deshalb, weil es wichtig ist, jetzt die Menschen in Bayern mitzunehmen, unsere politischen Entscheidungen transparent zu machen, sie bestmöglich zu erklären, weil sie nur gut wirken können, wenn die Menschen im Land auch dahinter stehen, wenn sie verstehen, was unsere Intention ist und wenn sie die Maßnahmen, die wir vorschlagen, auch in ihrer täglichen Lebenswirklichkeit entsprechend befolgen. Wir sind als bürgerliche Staatsregierung in Bayern in Kombination aus den Freien Wählern und der CSU in den letzten Wochen ein gutes Stück weit zur Benchmark für die Krisenbewältigung im Zusammenhang mit Corona in Deutschland geworden. Wir sind vorausgegangen und andere Länder haben zwischenzeitlich glücklicherweise nachgezogen. Die Strategie, die wir verfolgen, beruht auf drei Säulen. Zum einen haben wir uns darauf verständigt, das öffentliche Leben ein gutes Stück weit herunterzufahren mit all den Einschränkungen, die damit für uns alle in unserem Alltag verbunden sind. Wir tun das mit dem Ziel, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, um damit zum einen sicherzustellen, dass die Kapazitäten unseres Gesundheitssystems ausreichen, dass es in Bayern niemals Bilder gibt wie in Italien, dass in Bayern niemals nach Triage-Systemen entschieden werden muss, wer der eigentlich beatmet werden müsste, aufgrund fehlender Beatmungsgeräte noch beatmet werden kann und wer nicht. Und wir tun das zum Zweiten, um die vulnerablen Bevölkerungsgruppen, um diejenigen, die Vorerkrankungen haben, um unsere Seniorinnen und Senioren bestmöglich zu schützen. Erste Säule also Einschränkung des öffentlichen Lebens, ein Stück weit herunterfahren des öffentlichen Lebens, um die Infektionsgeschwindigkeit zu verlangsamen. Zum Zweiten haben wir weitreichende Maßnahmen auf den Weg gebracht, um unser Gesundheitssystem zu ermächtigen, mit dieser Corona-Krise bestmöglich umgehen zu können. Dazu gehört ein Intensivbettenmanagement, heißt solche Operationen, die verschiebbar sind, sollen zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, sodass die Betten jetzt frei sind für den Umgang mit dem Coronavirus. Dazu gehört aber auch, dass wir das Material, das dringend nötig ist, zur Bewältigung der Corona-Krise im medizinischen Bereich beschaffen. Dazu hat es unser Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger geschafft, Firmen in Bayern zu finden, die jetzt für uns und ganz exklusiv beispielsweise Apenschutzmasken produzieren, sodass es dazu keinen Engpässen in Bayern kommen kann. Zweite Maßnahme also, Ertüchtigung unseres Gesundheitssystems. Die dritte Maßnahme, die zielt darauf, dass wir versuchen sicherzustellen, dass aus der Corona-Krise am Ende des Tages keine Wirtschaftskrise wird. Dazu hat der Bayerische Landtag heute weitreichende Maßnahmen beschlossen. Wir haben beispielsweise einen sogenannten Bayern-Schirm aufgespannt, 10 Milliarden Euro freigemacht, um unsere bayerischen Unternehmen in dieser besonderen Krisensituation zu unterstützen. Wir haben 500 Millionen bereitgestellt für Staatsbürgschaften, um Liquiditätsengpässe zu überwinden. Und wir haben auch eine Soforthilfe auf den Weg gebracht. Unternehmen können sofort, kurzfristig, mit sofortiger Auszahlung Liquidität erhalten, indem sie einen Not-, einen Krisenzuschuss vom Freistaat Bayern bekommen, der auch nicht mehr zurückbezahlt werden muss. Dritte Säule also, Unterstützung unserer Wirtschaft, verhindern, dass aus der Corona-Krise eine Wirtschaftskrise wird. Diese drei Maßnahmen sind es im Wesentlichen. Einerseits also, Herunterfahren des öffentlichen Lebens, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Zum Zweiten, massives Aufrüsten innerhalb unseres Gesundheitssystems, um gewappnet zu sein, um zu verhindern, dass italienische Verhältnisse in Bayern vorherrschen. Und zum Dritten, die wirklich kraftvolle Unterstützung unserer bayerischen Wirtschaft. Ich bin sehr dankbar, dass wir das heute im Parlament in abend beraubender Geschwindigkeit und über die Grenzen aller Fraktionen hinweg so auf den Weg gebracht haben. Jetzt ist es aber wichtig, dass ihr alle, dass Sie alle, Thomas, du und alle Menschen in Bayern mitmachen. Wir können es nur verhindern, dass es dauerhaft Ausgangssperren in Bayern, Quarantäne für alle gibt, wie in Österreich und in Italien, wenn die Menschen jetzt diese Maßnahmen ernst nehmen. Wenn Sie jetzt Ihre sozialen Kontakte auf das Notwendigste beschränken, ja, wenn Sie jetzt verantwortungsbewusst, auch dann, wenn Sie selber vielleicht nicht betroffen sind, sich verhalten, um unsere Seniorinnen und Senioren, um Menschen mit Vorerkrankungen bestmöglich zu schützen. Also, bitte unbedingt mitmachen, um Schlimmeres zu verhindern. Lieber jetzt massivere Einschränkungen, als in Zukunft eine Situation wie in Italien. Bitte also wirklich am Ball bleiben, sich verantwortungsbewusst verhalten und dazu beitragen. Jeder kann jetzt Leben retten, indem er einfach nur zu Hause bleibt. Von dieser Chance, von dieser Möglichkeit sollten wir als solidarische Gesellschaft bestmöglich Gebrauch machen. Wir als Bayerische Staatsregierung tragen unser Schärflein dazu bei. Die Menschen in Bayern können sich darauf verlassen, dass wir mit Augenmaß, dass wir mit Maß und Ziel, aber doch kraftvoll und entschlossen alles veranlassen, was jetzt nötig ist, um diese historische Krise, um diese größte Herausforderung der Nachkriegszeit in Bayern gemeinsam und bestmöglich zu bewältigen. Wenn ihr auch hier eine Frage habt zu Corona oder darüber hinaus, dann postet sie unten in den Kommentaren. Ich kümmere mich drum bei Frag Fabian.